Es ist auch unser Willi im Nachfeld. Es wäre immer noch ein Spielzeug und noch ein Ding. Es ist eine Taschenlampe, die nicht leuchtet. Volle, bitte, sonst ist es ein verrückter Typ. Also wenn jemand weiß, was es ist, bitte sag ich mal. So, jetzt, ich brauche mich eigentlich gar nicht anzusagen. Okay, ähm, sie sind Fußballfans hier. Okay, und für alle, es ist, ähm, ihr kennt doch sicherlich, ähm, den Nationaltrainer von Argentinien, oder? Habt ihr gehört, was der gesagt hat? Und genau jetzt wollen wir, also für alle, die es nicht gehört haben, wir werden das jetzt nicht verstehen. Aber jetzt, kannst uns bitte den Marathon an! Jaaah! 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 Du fassest, du fassest, du fassest, du fassest, du fassest. Der fassest, du fassest, du fassest, du fassest, du fassest. Volle sing! Volle, komm, komm! Sing, sing, sing! Da war ich der Essenerungsvermacht. Sing. Volle sing. Vielen Dank.